Heute war oder ist immer noch so ein aufregender Tag ich sag's euch, zum einen mussten wir unsere Oma verabschieden, da sind Tränen geflossen oh mein Gott, dann stand noch Mamas IHK Prüfung an und ein Gerichtstermin ist heute ebenfalls noch fällig, hoffentlich läuft alles reibungslos über die Bühne das wäre schön. Nachdem Papa heute Morgen Oma zum Flughafen gefahren hat und anschließend auf die Arbeit gefahren ist, hat er ganz gespannt auf Mamas Anruf gewartet, ob sie ihre Abschlussprüfung bestanden hat, um 14.30 Uhr dann der erlösende Anruf, Mama hat mit einer guten 3 ihre Abschlussprüfung bestanden, Papa war so glücklich und euphorisch er hätte sie am liebsten durchs Telefon abgeschlabbert, der hat sich so gefreut ich sag's euch, Mama kann auch ganz schön stolz auf sich sein, trotz ihrem Autounfall und den zwei Operationen hat sie alles mit Bravour gemeistert, jetzt steht nur noch die Rückmeldung von ihrem Anwalt aus, ob sie ihren Fall gewonnen hat oder nicht, die alte sitzt so auf heißen Kohlen ich sag's euch, die läuft von einer Ecke zur anderen wie so ein HB-Männchen, vor circa einem Jahr ist so ein Penner an Mamas geparktes Auto gedotzt und dann hat er auch noch Fahrerflucht begangen, aber zum Glück gab es Zeugen die es gesehen und Fotos gemacht haben, lange Rede kurzer Sinn, der Fahrer wurde ausfindig gemacht, er hat sich entschuldigt und gemeint er hätte es nicht bemerkt, ja ja wer's glaubt wird selig, naja egal, Mama hat dann ein Gutachten erstellen lassen und das wurde der Versicherung übermittelt, die wollten allerdings den entstandenen Schaden nicht bezahlen, angeblich sei das Gutachten zu überhöht und dann folgte heute die Gerichtsverhandlung, diese Versicherung deren Namen ich nicht nennen möchte ist das allerletzte unglaublich, als Mama vor vier Monaten ihren Unfall hatte dazu erwähnt, der Unfallverursacher war ebenfalls bei der Versicherung versichert wie bei dem besagten ersten Fall, die wollten, obwohl Mama das Opfer ist auch nicht direkt zahlen, erst als ihr Anwalt Druck gemacht hat haben sie etwas eingelenkt und nur einen Teil bezahlt, da wird definitiv die zweite Gerichtsverhandlung folgen, seid gespannt, ich werde weiter berichten, interessieren euch überhaupt die privaten Dinge meiner Menschen oder soll ich euch lieber mit was anderem vollschwafeln, schreibt es mir gerne in die Kommentare und wenn euch mein Video gefallen hat würde ich mich über ein Abo und ein Like freuen, Küsschen aufs Nüsschen ihr lieben Menschen